Wieder hier auf Aufnehmen drücken und so. Da müssen wir uns jetzt benehmen. Mh, nö. Du und sohn! Ich hab die Arena eingenommen. Eskalation! Und Gyarados reinsetzen. Ja du, ich will nicht nochmal Zelda kaufen. Ich will den Season Pass kaufen. Warum steht denn der hier nicht dabei? Let the battle beginn! Na ja. Wir haben Garrosh jetzt oben alleine gelassen. Ja, der ist ein Garrosh, der kann nicht. Jaja. Die da einfach ne Waller? Ist er mit? Tju! Passiert ja gar nichts. Okay, die sind alle oben. Einerne drei. Ja, dann geh ich mal lieber oben helfen, oder? Nö, sind gerade hier unten wieder welche angekommen. Dann bleib ich lieber euch unten. Ich trau mich noch nicht hier was zu tun. Ja, noch bringt's auch nicht so viel. Wenn der Garrosh oben auch alleine klarkommt. Ja, sie ist einfach an Stop-A-Wild und kann nicht gestunnt werden. Wieso haben wir eigentlich wieder zwei Supporter? Weil die drei Tanks haben. Wenn der Garrosh oben nicht stirbt, passiert hier glaube ich nicht viel. Ah, der hat aber nicht mehr viel Leben. Ja, ich hab nicht mehr so viel Mana. Okay, ich hab gar keinen Wander mehr. Und unser Garrosh hat noch nicht gecheckt, dass hier unten was abgeht. Jetzt kommt er mal runter. Ja. Ich geh kurz jetzt Meiner schlappen. Ich geh kurz jetzt Meiner schlappen. Nice. Ey, wir müssen aber uns auch um den Unsterblichen kümmern. Ja, wenn halt der Garrosh und Fang dabei gewesen wäre, hätten wir das auch schon tun können. Boah, der hat ja nicht so viel Bock. Ich Def hier, ne? Ja. Ja, wir müssen jetzt sowieso wieder davon gehen. Scheiß Nova. Ja. Also ich porte mich glaube ich erstmal back. Ich brauche auch noch. Kann nichts machen. So. Mana. Ey, sind die so weit hinter uns vom Level her? Krass. Nein, nein, nein. Er hat nicht viel, viel. Er hat nicht mehr viel. So wie? Oh, ich hab Oli. Ich muss zurück. Ich hab kein Mana. Ich bring hier so gar nichts. Ich wollte es halt deren Nieder, aber das ist nicht so von Erfolg gekrönt. Ja, ich muss auch zurück. Ich hab kaum noch Leben. Ja, Garrosh, wenn du von Anfang an dabei gewesen wärst, ne? Hätte man das sogar geschafft. Wir müssen aber gucken, dass wir die Level halten. Dann haben wir eine Chance. Das stimmt. Mach's ohne Chance. Aber, äh. Wir müssen halt jetzt ein bisschen im Team spielen. Oh, der war nice. Oh, der war nice. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Spina? Oh, danke. Das war jetzt nicht einfach, dich da rauszupicken. Das weißt du. Ja. War aber sehr nett, dass du das getan hast. Und das Kiep steht zum Glück auch noch. So halb zumindest. Wollen wir das Camp hier unten machen? Ja. Warum nicht? Ja. Ich blaute hier, ne? Ob sie kommen. Ah, dann so. Jo. Das haben wir aber. Ich kann ja nicht... Ach. Kann einer vielleicht mit zur Garage hochgehen? Müsste Broti machen. Oder kann ich eigentlich auch machen. Ich hab hier unten einen Heiler. Ja. 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 man nicht mit zwei da noch ich komme nicht mehr in range ich bin schwer der du tot gewesen ja ich habe meine stacks verloren scheiße ja ich halte den garage oben gerade aber es ist ja auch wieder immortal zeit ja ja natürlich Was macht denn die Lili eigentlich? Den kriegen die halt schon wieder. Ja. Da fehlt einfach wieder Fokus. Kann ich halt auch nichts mehr machen. Wo haben wir denn mehr Damage? Okay, wenn du das meint. Pien, hast du ein Schild für mich? Hast du schon. Danke. Okay, sorry. Alles gut. Ich weiß, dass der Fokus sagt, aber Garrosh geht halt die ganze Zeit Fokus den Varian. Warum? Ich meine, Lili ist gerade mit Full Mana neben uns hergelaufen, also. Ich gucke mal, ob ich unten ein bisschen daffen kann. Na, die heilt aber schon nicht schlecht. Okay, für den Lili ist wahrscheinlich nicht so viel. Ich komme zu dir, Wasserwerfer. Oh, ich kann ja nichts machen. Vorsicht, Piener, die werden dich gleich fokussen. Ich meine, wir können auch gerne Damage-Race mit denen machen, aber wenn wir an Nieren kämpfen, ist es halt leichter für uns, das zu verlieren. Ach, die Walla hat nicht mehr viel. Jetzt habe ich meine Ulti nicht ready, ich könnte so kotzen. Sie kommt zum Glück einfach nochmal rein. Das ist doch nett von hier, oder? Ja. Aber jetzt müssen wir was damit machen. So was pushen, 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 pushen. Ja, mach das Camp da unten. Ja, du, du kannst es eigentlich alleine machen, du bist ein Garrosch, aber... Wir brauchen scheinbar weibliche Unterstützung. Sehr gut möglich. Sind aber alle jetzt wieder da. Ja, vor allem, wir haben halt zwei von unseren Dingern schon eingerissen. Ja, und wir führen trotzdem noch im Level, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber oben kommt ein Keep. Ja, das ist aber okay. Bis jetzt, wenn wir jetzt hier pushen, dann ist das schon mal nicht schlecht. Sagen wir uns jetzt halt nicht von dem Wesentlichen ablenken lassen. Ich habe auf jeden Fall deren Heilbrunnen zerstört. Ich halte das ja für keine so gute Idee. Das war aber nicht schlecht. Na, die Eule hätten sonst gekriegt, aber... Ne, wer zählt schon? Geh bitte nach links. Wir müssen aber definitiv defen, Leute. Ja, wir müssen den Immortal jetzt schnell machen. Ja, gut. Meist ihr den Immortal? Ich geh defen. Das Keep sollte eigentlich da nicht fallen, aber... Ich scowte wieder. Jetzt kommt der Batscher. Das passt schon. Ganz ja fast. Da können die uns jetzt auch nicht mehr aufhalten, du. Ja, 200%, das ist nicht schlecht. Wenn wir nun jetzt ein bisschen split pushen. Ach, da hat der das Camp von denen gemacht. Alles klar. Ja, wir konnten uns eh nicht aufhalten, ne? Ich werde dieses Land aus deiner Korruption-Hell-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn. Ich danke dir so vielmals. Aber zieh dich da zurück. Ich dachte, ich sterb jetzt. Wir sind halt beide unten. Also, ich hab da keinen Heiler oben. Na, dann geh ich mal lieber runter wieder. Ne, ich wollte eigentlich gerade runtergehen und hatte dann aber gesehen, dass Wasserwerfer mir mit zwei Leben oder so entgegenkam. Ja, zurückst du ihn jetzt. Ich bin gerade angeguckt. Wechseln wir jetzt die Lane nach oben. Achtung, die kommen runter, die kommen runter, die kommen runter. Ah, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich habe das Kiep noch geholt. Ja, das hier kriegen sie auch. Ja, warum geht sie, warum war sie denn da unten zu viert? Ja, hat er schon recht. Ja, ich bin auch hier gegangen, nonstop. Das kann man mir nicht vorwerfen. Ja, okay, da kann ich jetzt, äh, kann ich zugucken eigentlich nur. Ich weiß auch nicht, warum Garage mit hier runtergekommen ist jetzt. Ja, wir können den Immortal jetzt nicht machen, wir müssen gerade erstmal deffen. Geht ihr den machen? Ja, die haben das nächste schon gemacht. Ey, Garage soll mit euch zum Immortal einfach gehen. Soll sich einfach verpissen. Oh, guck dir mal an, was die für einen Schaden machen. Ja, ich weiß. Wir sollen ja nicht deffen. Also, machen wir es auch nicht. Ach, jetzt sollen wir deffen. Oh, er hat nicht, er hat nicht. Ja, du, da können wir nicht auch noch sein. Vielleicht hätte er sich nicht töten lassen sollen. Alter, was hab ich denn jetzt für einen Scheiß gemacht? Und die drehen halt einfach um, anstatt mich, die hätten mich jetzt so leicht töten können. Wieso haben sie es denn trotzdem noch geschafft? Müssen Sie mich verarschen? Na, die Waller. Ah, das hätte nicht passieren dürfen. Nee, jetzt nicht. Ja, aber wir können jetzt ja oben nicht komplett ungedefft lassen. Müssen wir, sonst pushen die uns unten. Also, sie pushen uns unten wahrscheinlich sowieso durch. Guck mal, dass ich auf den Aureal gehe. Hat irgendwer was Schönes, was Damage macht? Ich hab mal ne Ulti, aber... Ja, da kann ich auch... Ja, die, die wollen mich, die wollen mich, die wollen nicht. Warum deffen die denn nicht den Immortal? Ja, jetzt ist unten halt auch durch. Warum haben die jetzt denn... Ne, das verstehe ich auch nicht. Was, was das jetzt von, von Garrosh und Lili gerade war, warum die diese weit hinterher gechased haben. Ich weiß es nicht. Das war halt dumm. Das hätten wir nicht verlieren müssen, aber hey. Nee. Man kann ja mal chasen. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wahrscheinlich flamet der Garrosh wieder. Ja, das hab ich... Ich warte darauf. Nice. Danke. Danke, Spiel. Ich hab's verdient. Ich geb's zu. Er hat doch nicht geflamet. Also wir hatten eigentlich die ganze Zeit dominiert, das verstehe ich nicht ganz so gut. Wir haben nicht wirklich dominiert, also... Garrosh hat halt lieber alleine gespielt, war halt das Problem. Vielen Dank.